Echteckige Säule, aber diese Säule ist nicht groß genug, um eine 757 zu verdecken. Lassen Sie uns näher an die rechte obere Ecke heranzoomen. Zunächst, diese Videoaufnahmen sind von so schlechter Qualität, dass Vergrößerungen eine starke Körnung der Bilder zur Folge haben. Aber ungeachtet der Grubkörnung kann man nichts erkennen, was einer Boeing 757 auch nur ähnlich sieht. Wir könnten die Angelegenheit aufklären, wenn die Militärs das gesamte Videomaterial aller Überwachungskameras freigeben würden. Warum tun Sie dies nicht? Beachten Sie auch, dass in diesem Video die Datums und Zeitangaben nicht korrekt sind. Das Militär benutzte einen Zeitcode, um Ereignisse zu identifizieren. Daher wissen Sie selbst wahrscheinlich genau, wann Flug 77 das Pentagon traf. Warum aber versahen Sie die Bilder mit einer falschen Zeitangabe? Die Militärs behaupteten, sie wüssten nicht, wie der falsche Zeitcode aufs Bild kam. Weiß denn unser Militär wirklich nicht, was in seinem Hauptquartier vor sich geht? Oder verbergen Sie den Zeitcode nur? Was ist mit Zeugen, die den Flug 77 sahen? Kein Zweifel, da schlug American Airlines direkt ins Gebäude ein. Kein Zweifel? Wer ist dieser Mann und was sah er wirklich? Wie kann jemand sicher sein, ein Flugzeug, das mit einer Geschwindigkeit von 640 Stundenkilometern direkt an ihm vorbeigeflogen ist, identifiziert zu haben? Wie konnte Flug 77 überhaupt zum Pentagon durchkommen? Dies ist ein weiterer, mehr als verdächtiger Aspekt der Attacke. Das Flugzeug verschwand in der Nähe von Ohio von den Radarschirmen. Fluglosen riefen umgehend um Hilfe. Etwas weniger als eine Stunde später erschien ein unidentifizierter Punkt auf einem Kontrollschirm in der Nähe des Pentagons. Man unterstellt, dass Flug 77 die gesamte Strecke von Ohio bis zum Pentagon zurücklegte, ohne dass es irgendwo der Flugüberwachung auffiel, obwohl diese die ganze Zeit über die Radarschirme beobachtete. Wenn ein Flugzeug von der Größe einer Boeing 757 hunderte von Kilometern quer durch amerikanischen Luftraum fliegen kann, ohne bemerkt zu werden, wozu soll dann unser Luftverteidigungssystem und unsere Luftraumüberwachung gut sein? Und vergessen Sie bitte nicht, dass noch drei weitere Flugzeuge herumschwirten. Und dann ziehen Sie in Betracht, dass auch diese Flugzeuge in verbotenen Luftraum eindrangen. Eine Gruppe von Personen ohne Luftwaffenunterstützung könnte also angeblich Zivilflugzeuge durch Amerika schicken, ohne dass dies irgendjemandem auffallen würde. Und sie könnte dann zum Beispiel Bomben auf uns werfen oder die Maschinen in das Pentagon, in Bürogebäude oder auf Militärbasen stürzen lassen. Aber nachdem die Fluglosen wahrgenommen hatten, dass Flug 77 verschwunden war, hätten sie in der Lage sein müssen, den Flug mittels ihres Radars wieder zu orten. Dazu hatten sie fast eine ganze Stunde Zeit. Der Flug hätte auch auf dem Radarschirm der Air Force auftauchen müssen. Und wie konnten die Terroristen das World Trade Center und das Pentagon ohne Unterstützung der Luftüberwachung finden? Dies ist das Cockpit einer 757. Wie konnten die Terroristen wissen, wohin sie fliegen mussten? Sollten sie etwa einen Kompass und eine Landkarte benutzt haben? Wie konnten sie durch die Wolken hindurch sehen? Nach Aussagen der Flugschulen war keiner der Terroristen ein guter Pilot. Die Person, die man beschuldigte, in das Pentagon geflogen zu sein, war in der Arizona-Flugschule durch die Prüfung gefallen. Aber sie zahlte dennoch für die Ausbildung weiter. Die New York Times zitiert einen der Angestellten. Er scherte sich überhaupt nicht um die Tatsache, dass er den Kurs nicht bestehen würde. Ich bin bis heute verblüfft darüber, dass er ins Pentagon geflogen sein könnte. Er konnte doch überhaupt nicht fliegen. Die Terroristen erhielten von unbekannten Personen finanzielle Unterstützung. Aber warum kümmerte es diese mysteriösen Leute nicht, dass diese Terroristen als Piloten durchfielen? Hatten die Terrormäzene wirklich vor, Piloten auszubilden? Oder wollten sie nur, dass sich die Terroristen Pilotenlizenzen verschafften? Captain Russ Wittenberg war Pilot sowohl der Air Force als auch bei Pan Am und United Airlines. Er flog sowohl die Boeing 757 als auch die Boeing 767, die am 11. September gekapert wurden. Er ist einer von einer ganzen Reihe von Piloten, die Zweifel daran hegen, dass die Terroristen jene Flugzeuge so präzise in so kleine Ziele geflogen haben könnten. Er zweifelt auch daran, dass die Piloten das Cockpit einfach einer Gruppe von Leuten bewaffnet mit Rasierklingen übergeben haben, denn das hätte jeden in Gefahr gebracht und nicht nur die bereits zuvor genommene Gruppe von Geiseln. Er hätte von den Piloten zumindest erwartet, dass sie ein Notsignal gesendet hätten. Unsere Regierung lässt es so aussehen, als sei es mehr als einfach, ein Flugzeug zu entführen und in ein kleines Ziel zu fliegen. Aber viele Piloten halten diese Version für wenig glaubhaft. Wenn man mit solchen Widersprüchlichkeiten konfrontiert wird, sollte man dann nicht mindestens eine Untersuchung einleiten, um zu klären, was in diesen Flugschulen wirklich vor sich ging? Um das Pilotentraining noch verdächtiger zu machen, weist Daniel Hopsicker nach, dass die Flugschule in Venice, Florida Verbindungen zur CIA unterhielt und von einem holländischen Kriminellen geleitet wurde. Hat die CIA den Terroristen etwa dabei geholfen, das Fliegen zu lernen? Oder wurde der Flugunterricht nur deshalb genommen, um uns weist zu machen, dass man in der Lage gewesen sei, ein Flugzeug zu steuern? Was die Angelegenheit noch lächerlicher macht, ist die Tatsache, dass einige der Flugzeugentführer sich quicklebendig im Mittleren Osten aufhalten. Woher hatte das FBI ihre Namen? Und überprüft das FBI solche Namen eigentlich nicht, bevor es sie auf die Liste der meistgesuchten Menschen der Welt setzt? Wie kann man eine solch schlampige Untersuchung zur Rechtfertigung eines Krieges nutzen? Betrachten wir jetzt noch einmal den mehr als riskanten Anflug des Piloten auf das Pentagon. Das Pentagon ist von hohen Gebäuden umgeben, von Bäumen und Autobahnen. Es wäre das Vernünftigste gewesen, einige hundert Meter über dem Erdboden zu bleiben und dann auf das Pentagon herabzustürzen. Der Terrorist aber entschloss sich, den Anflug direkt über die Erdoberfläche zu wählen. Der orange Pfeil zeigt die Richtung, aus der er anflog, als die Maschine einschlug. Der sicherste Weg, das Pentagon zu treffen, wäre der gewesen, die Mitte des aus fünf konzentrischen Ringen bestehenden Gebäudes anzusteuern und dann hinabzutauchen. Der Terrorist entschloss sich aber zum Anflug knapp über dem Erdboden, um in der Nähe des Helikopterlandeplatzes ins Gebäude zu fliegen. Das Problem beim Treffen genau dieses Gebäudeteils bestand darin, dass das Flugzeug aus einer anderen Richtung kam. Daher musste es eine 270-Grad-Kurve fliegen, um das Gebäude auf dieser Seite des Pentagon zu erwischen. Es wäre einfacher für ihn gewesen, Donald Rumsfelds Büro zu treffen. Das riskante, ja geradezu akrobatische Manöver dieser Maschine allein genügt schon, um mich davon zu überzeugen, dass sie von keinem Menschen geflogen wurde. Ich zweifle sogar daran, dass der beste Pilot in der Lage wäre, eine Boeing 757 einige Zentimeter über Hindernisse hinweg zu fliegen, und das mit 640 Stundenkilometern. Flug 77 sieht in dieser Computersimulation winzig aus, denn das Pentagon ist das größte Bürogebäude der Welt. Dort arbeiten über 20.000 Menschen. Die starke Zusammenballung so vieler Menschen bedeutet, dass ein Flugzeugabsturz auf das Pentagon Tausende von Menschen in den Tod hätte reißen müssen. Was für ein glücklicher Zufall, dass die Terroristen ausgerechnet den Teil des Pentagons trafen, der so gut wie leer war, da er gerade renoviert wurde. Wären die Terroristen in irgendeinen anderen Teil des Pentagons gestürzt, wären Tausende von Menschen ums Leben gekommen. Es lässt sich also feststellen, dass der Pilot ein ungeheures Risiko einging, als er mit fast 640 Stundenkilometern nur wenige Zentimeter über dem Erdboden flog. Und dann traf er ausgerechnet den am stärksten befestigten Teil des Pentagons mit den wenigsten Menschen. Ein verblüffender Zufall. Das Space Shuttle zerbarst damals 64 Kilometer über Texas, als es mit einer ungefähren Geschwindigkeit von 19.000 Stundenkilometern flog. Teile des Shuttle und auch der Körper der Astronauten wurden über hunderte von Quadratkilometern verstreut, aufgefunden. Nur zum Vergleich. Die Passagiere und die Trümmer von Flug 77 waren auf ein äußerst kleines Gebiet begrenzt. Aber wo waren diese Teile? Es gab damals nur sieben Astronauten, aber man hat Teile von ihnen gefunden. An Bord des Fluges 77 befanden sich 64 Passagiere, aber es gibt keinen Hinweis auf ihre Körper. Bei diesem Trümmergebiet handelte es sich um den Bereich zwischen zwei Gebäuderingen. In diesem Tohuwabohu liegt nichts, was nach einem Flugzeug oder Gepäckteil aussieht. Es wurde behauptet, dieses Loch sei durch Flug 77 verursacht worden, aber nichts in diesem Chaos unterstreicht eine solche Theorie. Ein weiteres Foto mit Gebäudetrümmern und Büromöbeln, aber keine Flugzeugteile. Auch wenn man weiter ins Gebäude hineingeht, findet man nichts als Bauschutt. Es gibt nur wenige Fotos, die Schrott zeigen, der von einem Flugzeug stammen könnte. Dies ist angeblich ein Stück der Außenverkleidung von Flug 77. Dieses Metallteil sieht aber zu dünn aus, als dass es zu einem so großen Flugzeug gehören könnte. Dieser Flugzeugtyp ist 47 Meter lang und wiegt leer 60 Tonnen. Die Turbinen haben einen Durchmesser von 3 Metern und sie bestehen aus einigen schweren Stahlkomponenten. Die kleine Person neben dem Triebwerk ist ein ca. 1,80 großer Mann, nur um Ihnen zu zeigen, wie groß diese Triebwerke sind. Auch das Landefahrwerk enthält massive Metallkomponenten. Auch wenn diese Trümmer zu Flug 7,